Die Zahl der Wi-Fi-Geräte steigt und Nutzer erwarten an immer mehr Orten zuverlässige Konnektivität. Um in Wi-Fi-Netzwerken das höchste Maß an Datenschutz zu bieten, wird die Wi-Fi Alliance auch in Zukunft Vorreiter in der sich ständig weiterentwickelnden Sicherheitslandschaft bleiben. Mit Wi-Fi Certified WPA3 steht die neueste Generation der Wi-Fi Sicherheit in der Wi-Fi Protected Access Technologiefamilie zur Verfügung. WPA3 gewährleistet modernste Sicherheitsstandards für die essentiellen Verbindungsinfrastrukturen von Privat- und Unternehmensnetzwerken. WPA3 vereinfacht die Wi-Fi Sicherheit für Benutzer und Netzwerkmanager, ermöglicht eine robustere Authentifizierung und bietet eine höhere Verschüsselungsstärke für sensible Datenbestände. WPA3 Enterprise eignet sich besonders gut für große Wi-Fi-Netzwerke von Behörden, Unternehmen oder anderen hochsensiblen Umgebungen. Es garantiert die einheitliche Einhaltung von Sicherheitsprotokollen und bietet 192-Bit-Mindeststärke und Verschlüsselungstools zum Schutz von Daten. WPA3 Personal bietet zuverlässigen Schutz für Privatpersonen und private Netzwerke, indem es die Wi-Fi-Verschüsselung verbessert, vor dem Auslesen von Passwörtern schützt und Daten selbst dann sichert, wenn das Passwort kompromittiert wurde, ohne die Art und Weise zu ändern, wie sich Benutzer verbinden. Wi-Fi Sicherheit schützt Benutzer mit Wi-Fi Certified Enhanced Open auch in offenen Netzwerken, ohne die Annehmlichkeiten von Netzwerken ohne Passwortschutz zu verlieren. Gleichzeitig wird die Datenverschlüsselung und die Reduzierung von Risiken, die mit ungesicherten Wi-Fi-Netzwerkzugängen entstehen, verbessert. Um sicherzustellen, dass die Geräte die neuesten Wi-Fi Sicherheitsstandards unterstützen, sollten Nutzer und Netzwerkmanager Wi-Fi Certified Produkte kaufen, denn damit wird sichergestellt, dass sie die von der Industrie vereinbarten Standards für Interoperabilität erfüllen und WPA3 unterstützen. Erfahren Sie mehr unter why-fi.org.